Verdammt. Scheiße. Bam! Nice gekontert und den letzten auch noch erledigt. So. So, jetzt aber. Alter, wie viele Leichen hier rumliegen, ey. Heftige Lage. Das ist richtig heftig. Ja. Okay. So, Taschendiebstähle ist hier auch direkt. Ja. Ja. Taschendiebstähle ist hier auch direkt, würde ich mal sagen. Was ist hier geschehen? Du eine Schande. Wird erst mal als Ziel markiert, ne? Oh, und da ist Aufruhr. Nehmt die Karte und sorgt dafür, dass die Wachen entsprechend postiert werden. Während der Prozession sollten wir sicher sein. Aber das Begräbnis bereitet mir Sorgen. Es wäre unseren Feinden ein leichtes, sich in der Menge zu verbergen. Wenn ihr so besorgt seid, warum postiert ihr nicht eigene Männer und durchsucht die Stadt selbst? Unsere Anwesenheit hat schon genug Aufsehen erregt. Ich kann mir vorstellen, wie das Volk reagiert, wenn Kreuzritter über ihre heiligen Städten marschieren. Dann solltet ihr vielleicht gar nicht teilnehmen. Er war unser Freund und Bruder. Und wir erweisen ihm unsere Ehre, wenn er diese Welt verlässt. Ihr beleidigt mich, wenn er etwas anderes verlangt. Ich postiere die Männer. Ich möchte keinen Ärger. Dann hört auf, Ärger zu machen. Und tut, was wir verlangen. So, ganz kurz so eine Abbrechung eben. Und ich bin auch schon wieder zurück. Kann direkt hier weitergehen. Genau, Taschendiebstahl liegt an. Ah, verpiss dich. Achso. Der will kämpfen, hast du? Der Templar. Ja. Komm schon. So. Oh Mann! Das ist jetzt ein Witz. Ich würde mal sagen... Na scheiße, der entdeckt mich gleich. Ich sehe es doch jetzt schon kommen. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Nur eine Kleinigkeit. Bitte. Nee. Alter, verpiss dich. Darf ich den verprügeln? Nein, natürlich darf ich das nicht. Ich bitte euch. Ich muss anonym sein. So, nun aber. Wer hat gerade jemand umgebracht? Wache! Komm schnell! Ein Mörder auf Freien. Wer? Wer hat das getan? Alter, Schwede. Alter, so kann ich doch keinen Diebstahl hier begehen. Das schaffe ich so noch nicht. War klar. War so klar, ne? Jetzt verreckt ihr scheiß Assis. Dass die mir immer diese Schwächlinge... Dass immer die mir meine Mission hier versauen müssen. Immer dieselbe Scheiße. Der kann dir auch nicht mehr helfen. So. 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 Kommt der da auch raus? Ja. Sehr schön. Das ist sehr gut. Den hab ich gleich. Jawoll. Geht doch. War das jetzt so schwer? Nein, war es nicht. Sehr gut. Alles klar. Ich würde sagen, ich könnte natürlich noch hier jetzt mehr machen. Allerdings muss ich jetzt noch mal eine kurze Pause machen. Schon wieder. Gibt was zu futtern. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. So. Ich war eben so schön entspannt und ganz ruhig und hab gerade schön gegessen. Und jetzt klingelt schon wieder das Telefon. Welche Drecksratte ist das? So. Alles klar. Das ist erledigt. Ich hab hier gerade gesehen, es gibt hier auch eine Karte. Ja, die entdecke ich natürlich zum Schluss. Die hatte ich früher auch nie gebraucht, aber bräuchte ich nicht. Ich metze mich einfach durch. Und komme trotzdem damit klar. So, Informantenherausforderung. Ich würde mal sagen, die Informantenherausforderung wird angenommen. Tolle Zerspacke unten hier. Peace. Ja. Okay. Alter Schwede, das sind echt einige. Heimlich alle Ziele erledigen. Okay. Okay. Und hopp. Und ich bin hier völlig falsch. Puh. Ach du Scheiße. Ja, so sieht's aus. Nein, nicht entsetzen. Geh weiter. Los. Lauf. Entschuldigung. War kein... War keine Absicht. Alter, wie gerne würde ich dem einfach... Sicker! Kleiner Arschkriecher hier. Ja. Bam. Und jetzt gibt's aufs Maul hier für euch alle. Okay. Ach, der nun wieder. Scheiße, das wird nervig. Alter, noch mehr. Alter, verpisst euch. Ich meinte, damit die Mission wird nervig. Flatsch. Platsch. Einmal schön durch. So, Ruhe hier. Oh, daneben. Haha. Ja, die Templer sind schon ganz anständig drauf. Nein. Geht wieder. Alter, wo laufe ich denn jetzt schon wieder hier hin? Das ist wieder auf der anderen Seite hier. Das ist kacka. Geh, du Bauer, bevor ich mich vergesse. Du darfst nicht hier sein. Verpiss dich. Stink, na. Stink, na, Stinker. Oh. Uh. So. Oh, verdammt. Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Bitte. Nummer zwei. Nummer drei. So, Nummer vier. Oha, okay. Okay, das war knapp. So, und ich würde sagen, jetzt auf dem schnellsten Weg. Zurück zum Informanten. Und juhu. Sehr schön. In eurer Nähe zu sein, ist ein Geschenk Gottes. Hier ist das, was ich über Roberts Männer weiß. Sie sind wohl für den Kampf gerüstet. Sie auf einmal zu bekämpfen, wäre unklug. Lasst sie euch jagen, bevor ihr zurückschlagt. Doch ist es respektlos von mir, einem Meister zu sagen, wie er sich im Kampf verhalten soll. Verzeiht mir, Meister. Nichts für ungut. Alles klar. Ich würde sagen, nächstes Ziel steht fest. Ein Aussichtspunkt. Und tschüss. Da höre ich schon wieder einen Bürger in Nöten. Trottel, ey. Solche Idioten. Oh, Frechheit. Alter, der hat das tatsächlich überlebt. Oh, verdammt. Schieb ab. So, da ist die Piss, nek was? Wo bist du? Alter, wie ich schon wieder hier die Wurfmesser verschwende praktisch. Oh, 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 oh. Wow. Das war heftig. Ah, okay. Von wo aus werde ich jetzt schon wieder beobachtet? Ah. Alter, zum Glück hat der mich verfehlt, ne? Sonst wäre ich jetzt ziemlich... gefickt, sag ich mal. Ah, kippt da noch um. Na, mit dem Kopf durch die Wand. Ach ja, wo ist denn die andere Pissnelke? Okay.